servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal in dem ganzen trubel mit the war within und allem was hier so zu tun ist habe ich ein nützliches tool für euch entdeckt welches tatsächlich ziemlich ziemlich geil ist und sich vor allem an die mount sammler unter euch richtet oder diejenigen die es werden wollen zumindest ging es mir so ich wollte unbedingt so viele mounts haben wie es geht bis ich dann diesen 500 mount erfolg bekommen habe und ich bin ehrlich manchmal ist man dann schon am schauen gewesen wie kriege ich bestimmte mounts wie komme ich noch einfacher an diese 500 oder 400 300 je nachdem wo ihr gerade steht und ich habe auch schon oft versucht weiß nicht irgendwelche händler abzuklappern oder und dafür ist dieses feature gedacht zu gucken okay bei welchen Fraktionen könnte ich vielleicht ruf haben aber ich habe die mounts nicht gekauft und genau darum geht es in diesem video es gibt ein neues tool welches euren char scannt guckt bei welchen Fraktionen ihr ehrfürchtig seid und wenn ihr die mounts noch nicht gekauft habt die dazugehören auf einem gewissen ruf gedönse sagt es euch hier guck mal da die mounts die könnt ihr euch jetzt quasi abholen ohne dass ihr irgendwas dafür tun müsst natürlich kosten die dann am ende immer noch gold oder währung oder sonst irgendwas aber meistens vor allem wenn es gold kostet ist das wesentlich schneller aufzutreiben als der ruf den man vielleicht benötigt beispielsweise ehrfürchtig oder so eine kacke dementsprechend wir gucken uns das tool jetzt mal an wenn ihr nichts verpassen wollt an tipps tricks videos und sonstigen sehr gerne den kanal abonnieren ihr seid im moment absolut krank unterwegs also was hier gerade abgeht so viele abonnenten neu hinzugekommen hatten wir glaube ich seit shadow lens nicht mehr als ich mit dem kanal angefangen habe ich hatte die 27.000 in diesem monat aus spaß gesagt wenn ihr so weitermacht schaffen wir die noch weil sie nicht mit einer woche abstand also wenn auch nicht abonniert hat wer mich unterstützen will gerne reinhauen ich danke euch vielmals das bedeutet mir unglaublich viel und macht es möglich dass ich all das neben meiner arbeit noch machen kann hier vielen vielen dank und jetzt lasst uns das tool anschauen das ganze hört auf den namen missing mauns erinnert mich ein bisschen an missing new oder missing number aus pokémon irgendwie als ich das erste mal gelesen habe ist relativ einfach zu bedienen sagt auch welche rep mount fehlen euch noch ihr wählt eure region aus ihr gebt euren server ein und ihr gebt euren char ein und klickt dann auf you character danach dauert das ganze ein bisschen und zeigt euch dann an glad you came your missing five mauns also insgesamt habe ich fünf ruf mauns nicht eingesammelt und da können wir jetzt mal schauen welche das sind rast bolt also zeigt nach addon an welche das sind also hier ruf oder geben jetzt mal einfach durch wir klappen noch mal alles zu es zeigt uns an welche fraktionen sind in dem addon vorhanden wo es mauns gibt wie steht mein ruf dabei das steht dann hier oben renown 8 welchen ruf brauche ich um die dinger zu kaufen wo es in braucht man nicht gucken in dragonflight habe ich alle mauns die es so gibt von den ruf fraktionen erbeutet sehr schön darauf können wir uns ausruhen dann sehen wir shadowlands habe ich 8 von 11 aber drei kann ich mir nicht kaufen weil mir fehlt hof der nacht was hof der nacht und die im vote fehlt mir ehrfürchtiger bzw respektvoller ruf die drei mounts bekomme ich nicht rein das steht aber auch hier mit dran und die addons wo ich was kaufen kann sind farblich besonders hinterlegt wie hier bfa five of ten collected for available heißt also bei dem rost bolzen könnte ich mir einen mount kaufen das war die fraktion von mechagon ich glaube das habe ich mir aber deswegen nicht gekauft weil es gold ja den rost bolzen resistor könnte ich mir kaufen für 524.000 gold das habe ich nicht getan weil ich dafür zu geizig bin was haben wir hier noch zur verfügung die alabaster hyäne bei den woldunai und den blutschwärmer okay da können wir auch noch mal gucken ich meine aber auch das waren alles mounts alabaster hyäne die habe ich aber die habe ich aber da gab es scheinbar einen kleinen fehler im programm dementsprechend dass den können wir abhaken und dann blutschwärmer der expedition den habe ich aber tatsächlich nein dass die mauns dies ich bin so dumm habe ich eben noch erklärt die stehen hier in den ausrufezeichen den capture swamp stalker und voltonai dunscraper also es sind nicht die es sind die die in dem ausrufezeichen sehen dass hier gefangener morast pürscher für 90.000 kann ich mir noch kaufen das ist vollkommen richtig und der dünenreißer der voltonai für 90.000 kann ich mir auch kaufen aber auch hier war ich zu geizig die dinger für 90.000 gold zu kaufen bin ich ganz ehrlich dann was sehen wir hier litschen okay da fehlt mir ruf bei der armee des lichts und bei conjura margos werde ich aber wahrscheinlich nie machen wo d habe ich richtig reingeschissen was den ruf angeht bei litschen habe ich auch die eule nicht als menge gespielt da müsste ich auf einem anderen schar gucken bezüglich des rufs dann mist of pandaria haben wir fast alles außer ich glaube kaiser schau hau und ja so ist es da gibt es die goldene wolkenschlange aber die habe ich über remix gekauft cataclysm gab es scheinbar nur zwei mounts rahm kahen und in wrath of the lich king fehlt mir eins der rote drache boom crest accord da können wir jetzt auch noch mal schauen roter drache boom crest accord wie hier rot drache der wirmroh pakt ehrfürchtig für 2000 gold da würde ich aber sagen dafür können wir zuschnappen so ich glaube ich habe auch sogar direkt den richtigen rumhändler gefunden rüstmeisterin des wirmroh pakt und so ist es zügel des rot drachen 1600 gold das waren noch preise meine freunde wo man für wenig cash sich ein mount beim händler kaufen konnte und nicht weiß nicht 524.000 gold für ein rostbolzen resistor junge 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 gibt dann auch oder der ist auch wichtig für diesen erfolg hier drachen erwachen sammelt die folgenden drachen reittiere wo mir theoretisch noch vier stück fehlen aber ja cooles tool funktioniert gut und würde ich sagen wer seine mount sammlung aufbohren möchte der kann das tun und nicht nur das es ist ja auch zum beispiel wie sowas hier wo ich jetzt merke okay guck mal den wappenrock habe ich auch noch nicht gesammelt dann gönnen wir uns den jetzt auch noch schnell und freuen uns darüber also werden man eh schon bei den händlern ist und guckt welche mounts man verpasst hat kann man auch gut und gerne noch mal bei anderen sachen gucken also ob man dann wappenröcke spielzeuge pads oder sonstiges verpasst hat ist eigentlich keine schlechte sache damit danke ich euch fürs zusehen link zu dem tool in der video beschreibung bis dahin habt eine gute zeit und reingehauen